Willkommen zu einer Folge Let's test Tribes Essen Gibt's auf Steam Postenlos So Und wir haben hier eine wunderschöne Landschaft Und da kommt direkt ein Gegner auf mich zu Wunderschön, gell? Ah Bam Ach ja, und The Lou spielt natürlich auch Noch mit Jetzt habe ich aus Versehen eine Bombe Ja, hier ist The Lou Er ist Infiltrator Glaube ich Ja Und ich bin tot Wie offensichtlich Ach, jetzt ich auch Also wir sind in einem selbigen Team Und wo bist du jetzt gerade? Äh, ich bin Point D Ah, da bist du Halli Hallöschen Hier bin ich Also diesmal ein richtiges Tutorial Ähm, Intro Willkommen zu dieser Map Ich bin Soldier Und The Lou ist was schon wieder? Ich bin Infiltrator Ist so wie den Spy Wir haben hier so eine Map Wir haben hier, äh, Stützpunkt B Und, äh, C und so Und, äh, ich hab dann Primär sind diese Kugeln Und, äh, äh, sekundär sind dann diese Kanonen So Und, ähm, äh, ja, das kann, äh, The Lou machen Und, ähm, ja, äh, wir sind in einem Team Und fangen vielleicht an mit, äh, das sind die kleinen Kügelchen Hallo, äh, so, wir gehen zu B Wir gehen zu B, okay Und, äh, mit, äh, Spacebar gedrückt könnt ihr sliden Skiern So wie ich es gerade mache Und mit, äh, äh, rechter Tasse gedrückt könnt ihr Jetpack anmachen Und mit einem Dann kann man sehr schnell auf einen anderen Punkt gehen So wie ich es gerade mache Ich bin jetzt noch ein bisschen Anfänger Deshalb hab ich Probleme, wenn ich dann, äh, Hürden habe Ich bin jetzt schon Experte Ja Oh, jetzt nicht zu viel angeben Man muss einfach den Dreh raushaben Nicht zu viel angeben Äh, warte mal kurz Ich muss mal kurz noch etwas tun Achtung Ah So, okay Ich geh mal nachladen So Hold the line Yes So, ähm, vielleicht hört ihr jetzt gar keinen Sound Das ist auch gut so Denn, äh, ich möchte dann einfach mal, dass Ihr müsst ja nicht immer das, äh, das Gebrülle Und so hören Ähm, ich denke mal, wir gehen zu, zu Zu E Ach, aufgepasst Zu E Und da kommt gerade einer Auf uns zu Jetzt bist du weg Wieso drück ich immer die falsche Tasse? Äh, egal Gehen wir zu E Warte, ich geh mal nachladen So, okay Wir können gehen Ich könnte Reparatur machen Hast du einen Techniker vorgeschaltet? Also, ich geh zu E Zu E Ja, ich bin schon da Okay, ich komme Also fast Hey Oh, jetzt hab ich nicht mehr Ich hab Probleme mit ein paar Gästen Da bist du ja Ich muss nach Ich muss wieder nach Laden Also das hier ist jetzt wirklich ein Let's test Wir wollen euch ein bisschen zeigen Geil, da gibt's ein Gravy Sekel Ja, was ist das denn? Das ist das Motorrad Oh, schön Ich komme dich mal abnehmen Abnehmen Wo bist du? Nein, du fährst gerade weg Au Ich werde abgeschossen Wow, Roadkill Geil Okay, diese Ich muss jetzt Dieser ist ein bisschen kaputt Dafür ist ein bisschen Feuer Wahrscheinlich ist er deshalb Aufgepasst Was? Diese Granaden hasse ich Sind so Granaden, die So Lichtstrahler Ich möchte die aber auch jetzt gerne mal fahren Mit was muss man drücken? E? G G G Warte, warte Bist du drauf? Ja, so Jetzt nicht unsichtbar Jetzt nicht unsichtbar Wuhuuu Bäm Ich fahr bei Zub Kannst auch einen Boost mit Rechtsklick machen Ah Wuhuuu Das hat nichts genützt Wuhuu Bäm Bitch Okay, Achtung Da ist jemand Wuh Oh mein Gott Ich hab uns getötet Nein, ich bin noch immer Lebendig Bist rechtzeitig ausgeklommen Ich nicht Äh, dann Wo war es schon wieder? Ehe oder wo? Nein, dort Ich komme Ach Mist, der hat mich schon gebracht Äh, warum Ich war bei A, A ist jetzt unser Ich bin jetzt so bei Ruinen So Bei einer Brücke So recht in der Mitte Ah, bei dem Schiff Raumschiff Oh Ich bin der unter der Brücke Nein, nein, nein Nicht dort Nicht dort Nicht dort Ah, wo? Du bist Ah, ich sehe dich da hinten Äh, komm bei E Ja, Moment Okay E E, okay Oh, oh Es leckt Ich komme Du verliest Leben Oh, oh Und, Doom Trigger Pass auf Ja Ja, dann gewonnen Dafür öffne ich Erster Sieg des Tages Schon wieder Äh, oh Match Sieg und Match abgeschlossen Boah Ich habe Match Sieg, Match abgeschlossen und Unfallopfer Ja, mit dem, äh, Gravitbike, also mit dem Motorrad bin ich auf jemanden gefahren So, und jetzt können wir mal schauen Gehst bei Unlocked Awayball Kannst du mal zeigen, was für Klasse es geben Also, für, äh, es gibt immer Kannst du mal sein, oder was soll ich sein Äh, wenn du dir etwas freischalten kannst, dann nimm lieber einen technischen Oh Ah, oh Ist egal Also, für jede Klasse gibt es drei Also, für jeden tiefen Klassen Es sind Light, Medium und Heavy Es sind drei Lights Drei Medium und drei Heavy, ja Und, äh, also in den Light gibt es einen Pathfinder Die Sentinel und den, äh, Infiltrator Ja, rot, okay Ah, ich muss noch ein bisschen warten Äh, ja Ah, ich bin hier Äh, den Pathfinder, Sentinel und Infiltrator Bei den Medium gibt es Soldier, Raider, Technician Und, äh, bei den, äh, Heavis gibt es Jungle Note, Doom, Gnar Äh, das ist Pathfinder Kein, äh, kein Glück Ja, welcher soll ich nehmen? Ähm, gehen wir lieber Ich werde einen Technician Oder Doom, Breed Boah, ey, äh, gehen wir lieber bei, äh, bei D, okay Oder, ne, bei C Wir gehen bei C Ja, aber welcher Klasse Ähm Oh, ich nehme mal den, äh, den Jungle Note Okay Das könnten wir gebrauchen Wir haben keine Basis mehr, die So, ich bin bei A Bei A? Wo ist denn A? Ja, bei A Ich kann aber auch direkt bei D gehen Ich kann aber auch direkt bei D gehen Ich kann aber auch direkt bei D gehen Wo ist das? Ah, okay, ja Ich komme dorthin Das ist das Einzige, was uns irgendwie gehört Nein, A auch Ja? Ja Oh, boah, kein A dort, nein, jetzt nicht mehr Jetzt wieder Jetzt nicht mehr Nicht mehr So, wo bist du? Ich bin bei D Ich bin jetzt gleich da, aber ich könnte jetzt zu A, aber ich gehe zu D Ah, ich sehe dich ja schon Ah, hier bist du In die Fresse So, dann können wir mal schnell schauen Was kann der, äh, der Jungle Note Oh Ich glaube, wir haben Besuch Wo bist du denn jetzt hingerannt? Das ist ein Kollege Ich bin noch immer hier Das ist ein Kollege von uns Hey, ich bin hier Ah Hä? Ich wurde gerade teleportiert Ich bin jetzt bei den Hier sind viele Bösewichte Wo bist du denn jetzt, wenn man dich braucht? Ah Das ist ein Wicht des Bösen Ah, ich werde sterben Ich will nicht sterben Ich helfe dir Ich bin zu jung, um zu sterben Ich helfe dir Geh weg Aber ich habe keine Energie mehr Ich werde dich aber dennoch retten Ich bin tot Ich habe meine gute Technik Nehmen wir dann mal den Oh Gott Ich werde sterben So, ich bin jetzt bei A Nein Ah, jetzt Ah, nee, bei C Entschuldigung Ich bin zerbröselt In einzelnen Teilen Ich bin jetzt bei C Hey, da gibt es einen Tornado Ich bin in der Gegend Toll Siehst du mich? Nein Also diese Map Ah, ja, ich sehe dich Diese Map habe ich nicht gekannt Die sieht, die sieht recht toll aus So Ich lande sofort hier Beim Auflade-Dings So, also Technischen Er hat dann So eine Primäre Mitrechte Und Ich kann dich hier mit Also ich glaube schon Das wäre geil Sonst halst du automatisch Kann ich auch solche Turrets Legen Die angreifen dann automatisch an So ähnlich wie bei Team Fortress Ja Dafür spiel ich gerne Ja, gehen wir jetzt bei B Oder bei D Äh, B B, okay Oh Da können wir ein tolles Boost machen Weißt du, wie man einen Grenade-Jump Oder einen Disc-Jump machen Ja, dass man schießt nach hinten, glaube ich Ja Da ist jemand auf dem Dach Komm, wir nehmen den hier Opera Ja, und die spielen in der Maulrand So, hier ist niemand mehr Schön Jetzt ist bei A Nichts mehr Gutes Aber wir sind nicht zum Rechen Okay, kommen wir bleiben Ah, ich habe jemanden getötet Geil Meine Turrets haben jemanden getötet Und dann bekomme ich den Punkt Warte Der muss ich mal heilen Okay Den musst du mal heilen Okay Weil sonst geht der zu schnell kaputt Und das ist nicht zu gut Aber Ich beschütze dich Ist immer besser Denn so gewinnt man sogar Punkten Tschüss Äh Warte Gehen wir zu D Ja Wir gehen zu D Bis jetzt, okay Ich bin hier Komm mal vor Hö Kriegst du nicht Wie findest du jetzt mein Tempo? Ah, du bist schon besser geworden Ich habe eine gewisse Taktik jetzt auf Lager Hast du jetzt ein Drehhaus? Also man muss immer ein bisschen tüfteln Damit irgendetwas Schnelles Zerstande kommt Oh, das ist doch Scheiße Jetzt sind wir da Und es ist wieder blau Aber da oben ist jemand Nicht sterben Nicht sterben Nicht sterben Lu, nicht sterben Bäm Was war das? Boah, wie viele Punkte habe ich jetzt bekommen? Viele Ich weiß nicht Sterb Wieso habe ich das gesagt? Jetzt bin ich tot Jetzt bin ich tot Oh ne, jetzt bin ich tot Und du auch Von einer Base Turret Wieso? Wir werden alle sterben Warum? Ach, das sind deine Hunde Ja Ich habe drei Hunde Drei niedliche kleine Hunde Also, ja Und sie sind weiblich Ich gehe wieder zu D Ja, ich mache Ich bin zu B Geh zu A Nein Ja, warte Ich bin zu B Ich mache mal ein paar Base Turrets So, dass Ach nein, ich mache nur eine Die andere halte ich Wo sagst du A, B, C Ich sage A Denn hier haben wir wieder ein Problem Okay D ist aber für mich schneller, glaube ich A A A A A A A A A Ich habe jemanden getötet Bäm Oh, 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 oh Es ist sehr glücklich Jetzt kommst du Genau jetzt Ja und Ich komme Bäm Ich brauche mal ein bisschen Energie Oh Da jetzt wurde weg Ich möchte Warte Hame Nein, das ist mein Turret. Ja, also wirklich, das ist sein Turret. Lass ihn in Ruhe. Ja, also wirklich, das ist mein Turret. Lass mich in Ruhe. Nein, mein Junge. Nein, stirb, ich sage stirb. Autsch. Ich soll nicht sterben, du sollst sterben. Nein! Halt, ich habe ihn gleich. Er ist tot. Und ich bin auch tot. Ich bin tot. Ich habe einen Assist bekommen. Und er ist jetzt auch tot. Es ist ein Spiel zum Sterben. Sterbspiel. Ich gehe wieder zu A. Okay, ähm. Also, aber das, was mich am meisten an diesem Spiel wundert, es gibt einen Sniper. Ich finde, das passt nicht zu diesem Spiel. Hm? Blue? Oh. Ach, ich bin tot. Ich nehme mal eine andere Klasse. Äh, gerade ein Eben-Debüt. Jetzt werden sie den aller Heaviesten von den Heaviesten. Nein! Puh, 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 puh. Nein! Mist! Dreck! Kurz! So, wo gehen wir? Ich weiß es nicht, ich bin in einem epischen Kampf. Zwischen dick und dünn. Dann gehe ich eben zu A. Ich bin ja gerade dort. Und möchte ihn umbringen. Ja, das begehe ich auch da. Oh nein, dieser Fieser, ey! Jetzt hat sie... Ich bin ein Führer, puh. Wirklich. Ah, hier bin ich zu A. Wir müssen gar nicht aufhören, zu, weil es ist ja nur ein Letztast. Es wird ja keine... Es ist ein toller Letztast. Wirklich toller! Für Troja! Sparta! Aber ich bin nur ein netter Kerl, der dich nur umbringen will. Wieso stehst du auf mich? Oh, nö. Ach. Wieso muss ich immer sterben? Ich sterbe doch auch. Das heißt nicht, dass ich nicht sterbe. Hä? Ich gehe ja zu A. Ja, aber bei dir ist es anders. Ja, bei dir ist es immer anders, bestimmt. Warte, ich bin hinter dir. Oh mein Gott, was hat das? Ein Loch. Das ist ein Sachse. Ein Loch. Loch nass! Oh mein Gott, da war nass ich! Nein, das wird's. Hey! Warte! Anscheinend sagen Leuten, dass das ein Elefant wäre. Von einem Zirkus. Dinosaurier mit langem Hals, so wie die Sauropoden früher. Du bist auch ein Dinosaurier mit langem Hals, so wie die Sauropoden früher. Nein, aber das war aber früher so. Hast du ein Problem gegen unsere Vorahnen? Hä? Nicht wirklich. Siehste! Siehste! Heilung? Sterb! Langsam. Ey, 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 das ist jemand! Ich sagte, stirb! Oh, ich fall ja immer runter. Ey, Hallöchen! Ja, ich hab ihn getötet, aber er hat mich auch getötet. Ich bin so glücklich! Au! Au! Ja! Au! Oh! Jetzt wollte ich... Nee, jetzt wollte ich schießen. Wo bist du? Hinter dir! Das ist ein lose Kraftfeld. Ja. Komm mal. Das kommt der Doombringer. Das ist der Doombringer. Deshalb bist du... Du wolltest gerade gehen! Du wolltest gerade gehen! Du wolltest gerade gehen! Du wolltest gerade gehen! Das ist so schön aus. Ja. Okay. Gelb. Aber ich denke, das wäre es für dieses Letztest, äh, äh, Assassin's, ja? Äh, Tribes Essend, ähm, vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben bei unserem Letztest. Auch. Ja. Und dann... Oh! Vielen Dank.